So, ah, schon wieder diese... Ich mach euch alle fertig. Keine Angst. Was ist da unten los? Was ist da unten los? Oh, du verzweigst sogar... Gehst du überhaupt kaputt? Ja, gehst du. Wow, nicht aufgepasst. Natürlich nicht. Wieso kann man hier hoch? Egal. Achso, ja, da war ja noch eine Kiste vorher. Ich aber sowieso bekomme... Au! Nicht mit mir, nicht mit mir! So. Ach, verdammt, hier ist ja nochmal so ein Teil. Nicht aufgepasst. Wow. Was ist... Was? Ach, das sind Pfeile. Ah, jetzt ist dieser Vorsprung weg. Ah, es taucht zum Glück wieder auf. Ach, da musste ich ja gar nicht lang. Ich hätte einfach weiter nach rechts gemusst. So. Wow, gehst du! Watch out, baby. Okay. Haha, gekonnt ausgewichen. Oh, 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 oh. Au, 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 au. Nicht nett. Aber egal. Egal. Wir schaffen das hier irgendwie. Das Energie, die möchte ich unbedingt haben. Vielen Dank. Okay, das ist... wieder so ein Geduldsspiel, denke ich. Oder doch nicht. Man kann vielleicht einfach... Wow. Wow, 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 wow. Ich stelle mich nicht gut an. Ich stelle mich nicht gut an. Was war denn hier? Komm, Energie. Merci. Voll Energie. Das lobe ich mir. Und das sieht aus wie ein Boss. Oh, how depressing. It seems you really didn't have the treasure after all. However, I'll make sure that you never do get it. Arashiyama, don't say things like that. There isn't anything you can share with me, right? We are friends, right? Huh? You, me? We are never friends. It has a nice ring to it. But that's the one thing that I can't do. It's just not that simple, don't you see? It's not easy to trick you. Huh? Trick me? How could you? Just as I thought. You humans are worthy. They are worthy. Ashura, I'll leave this to you. Komm. Meine Stimme gibt auf, wenn ich die ganze Zeit nach Amos... Whoa, whoa. Au. Okay. Ähm. Don't know what to do against this fight. Against this boss. Huh. Was ist... Och, ist das nervig. Ist das nervig. Okay. Ouch. Wisst ihr was? Der zieht mir zu viel ab. Und ich spiele gesagt auch ziemlich schlecht. Deswegen werde ich... Hoffentlich trifft das. Nein. Er hat sich wieder aufgelöst. Ja. So, gefällt mir das besser. Und kaputt. Ja, diese Spezialattacke zieht schon ziemlich... viel ab. Deswegen ist das... eigentlich billig, so zu kämpfen. Aber... Oh. Aha, cool. Ja, komm. Achso, du hast die für mich kaputt gemacht. Äh... Ich komme, um dir zu helfen. Einige wirklich depressiv-schöneige Person rief auf die Strasse. Ich denke, er war schreit. Ich bin... Je-ha! Oh. In the end, wir fight one-on-one. This too must have been destined. You and me becoming friends? You don't have to worry about that, Arashiyama. You and I certainly aren't anything close to friends. Yeah, you have a point there. Shintaro doesn't even have one single friend. Ho-ho-ho-ho. That's not true, Ito. Is that so? Well, I can find you without... Nee, I can find... Achsegai. Eat this Kyoto's special rice. Was pathetic. Anyone could touch... Ugh, you stink. Ito! Heh. You're halfway decent. This will be fun. Well, how about this? My secret skill. The dancing bird of paradise. Nice. Whoa! Ich hab nicht mehr viel Energie. Äh. Zack. So einfach geht das. Wie kann ich dem denn ausweichen? Ähm. Ich versteh's noch nicht ganz. Er kann bestimmt noch irgendwie in andere Tricks. Ah. So vielleicht. Nice. Komm, ich kämpfe... Nein! Ich würde sagen, ich kämpfe fair und ohne Hilfsmittel, aber ich hab gar nicht mehr so viel Energie. Was ist hier los? Wenn er mich einmal noch erwischt, bin ich tot. Schnell! Oh-oh. Das schaff ich nie im Leben. Das schaff ich nie im Leben. Oh mein Gott, wird das knapp. Das wird knapp. Puh. Oh, das gefällt mir nicht, Leute. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir gar nicht. Ach. Wieso muss ich mich denn so konzentrieren? Okay. Ich muss, glaube ich, nerven. Okay. Ist er tot? Nein, er ist nicht tot. Verdammt. Ich dachte, er wird tot. Verdammt. Konzentration. Konzentration 1. Okay. Er ist tot. Er ist tot. Er ist tot. Grr, du bist wirklich gut, Shintaro. Du musst, wenn du mich so konzentrieren bist. Arshiyama, erzähl mir, wo der Schaden ist. Das ist, dass wir Freunde sind. Freunde? Ich weiß nicht. Ich muss etwas zinken. Ich war sicher, dass du es allgemein hättest. Wirklich? Aber wenn so, warum sind alle diese Monster hierher? Warum stammen sie mich immer an? Was genau sind sie? Sind sie aus... ...statt wie Crackers und Tofu? Ja, das habe ich mich auch schon die ganze Zeit gefragt, was das für Teile sind. Well, whenever I thought, how nice they just appeared all of a sudden. Blablabla. They all, no matter what I said, they listened. But to you? I would not give the treasure to you ever. Why did they get away? But Monst just appeared when you thought about it. It can be true, there's no way. Ich sehe, es sind noch 1, 2, 3, 4, 5 Level. Und ich glaube, das ist ein guter Zeitpunkt, um Pause zu machen. Ich mache immer 3 Levels, dann passt das irgendwie später. Also, bis zum nächsten Mal. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Vielen Dank.